Was ist eigentlich in einer Demokratie so schützenswert an der Anonymität? Redefreiheit. Ja, aber seit wann muss man denn anonym sein, um reden zu können, was man denkt? Ich komme aus einem Land, wo das so war. Aber Sie sind in einem Land, wo es anders ist. Und Sie versprechen mir, dass das so bleibt? Wenn Sie das nicht vertrauen, frage ich mich, was vertrauen Sie noch an dieser Freiheit hier?